Das Go-To-6 hat sich über die letzten paar Jahre zum eigentlichen Klassiker im Flyer-Touren-Programm entwickelt. Auf Bosch-System aufgebaut haben wir einen sehr, sehr steifen Rahmen, eine sehr komfortable Sitzposition. Und nicht zu vergessen, um es noch komfortabler zu haben mit Speedlifte, eine Möglichkeit, das Rad für alle Menschen abstimmen zu können. Das Go-To-6 ist unser fortschrittlicher Premium-Perfektionist. Es kennt keine Grenzen, selbst bei Gegenwind wird die Fahrt zum Vergnügen. Es ist mit sehr viel Liebe zum Detail ausgestattet und Premium sind nicht nur die Komponenten, sondern auch die Fahreigenschaften. Das moderne Design und die unauffällige Integration des Akkus und des Motors machen das Go-To-6 zum E-Bike der nächsten Generation. Vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten ermöglichen eine perfekte Abstimmung des Rades, ob Riemenantrieb oder Roll-Off-Schaltung. Oder die Option 7.12 XC mit Mountbike-Bereifung. Vieles ist möglich beim Go-To-6. Das Go-To-6 ist mit dem Bosch Performance Line Motor ausgestattet. Der Motor bietet 65 Nm Drehmoment, ist sehr leise und auch im Off-Modus. Das heißt, wenn man ohne Unterstützungsstufe fährt, ist der Motor absolut antriebsneutral. Das E-Bike ist mit einem Bosch Power Tube 500 Wh Akku ausgestattet, der sich formschön einfügt in das Design des Rades. Standardmäßig wird das Go-To-6 mit dem Bosch Intuvia Display ausgeliefert. Bei den 7er Modellen kann man optional das Nyon dazu kaufen. Das bietet umfangreiche Funktionen, wie zum Beispiel Navigation ohne Verbindung mit dem Smartphone. Das heißt, die Karte ist on board, sowie Erfassung von detaillierten Fitnessdaten ist möglich und natürlich viele, viele weitere Funktionen. Die Turn-E-Bikes sind auf maximalen Komfort ausgerichtet. Mit dem Speedlifter Twist gibt es umfangreiche Verstelloptionen. Es kann die Höhe verstellt werden des Lenkers, sowie der Winkel, aber auch kann der Lenker seitlich weggeklappt werden, zum Beispiel für den Transport auf dem Wohnmobil. Um den Komfort noch etwas zu erhöhen, hat das E-Bike eine gefederte Sattelstütze. Das Go-To-6 ist mit einer Santor Mobi Federgabel ausgestattet mit 75 mm Federweg und 100 mm Steckachse. Je nach Ausstattungsvariante als Stahlfederoption oder als Luftversion. Beim Go-To-6 ist das 7.12 für 2021 ein komplett neues Modell. Das ist mit 27,5 Zoll mal 2.25 Zoll Maxxis Cosmark Reifen ausgestattet, also eher Mountainbike-gängige Reifen. Die anderen Modelle sind jeweils mit dem Schweife Big Ben ausgestattet. Die E-Bikes sind mit Shimano-Bremsen ausgestattet, vorne und hinten mit 180 mm Bremsscheiben für perfekte Verzögerung. Das Go-To-6 bietet vielfaltige Ausstattungsoptionen von Shimano Deore in der Kettenschaltungsoption, über die neue Variante mit der Shimano Nexus 5 Gang, die speziell für E-Bikes entwickelt wurde, sowie Enviolo auch als elektronische Option oder Rohloff-Schaltung auch als E14 in der elektronischen Variante. Im Modelljahr 2021 ist das Go-To-6 in den Rahmenoptionen Comfort und Chance erhältlich. Das Go-To-6 gibt es in drei verschiedenen Farben, Black Matte, Jeans Blue Gloss und neu für 2021 in Gras-Silver Gloss. Mit dem Go-To-6 wird jeder Weg zum individuellen Genuss.